Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stardew Valley. Ja Leute, wir sind im Winter. Ich freue mich mega, super duper. Ja, wir können heute mal gucken, dass wir vielleicht nochmal in die Mine gehen. Ja, guten Morgen. Schöner Morgen. So, guten Morgen und moin. So, komm, wir nehmen was zu essen mit. Das nehmen wir mit und die hier. Ja, wir könnten auch so ein Brot noch mitnehmen. Dann haben wir es gegessen. So, das nehmen wir alles mit und heute machen wir schwuppdiwupp. Nachdem wir hier unsere Marmeladenproduktion natürlich wieder nochmal ansetzen, ganz klar. Ja, was machen wir denn? Was machen wir denn? Wir machen die erstmal rein, damit wir ein bisschen Platz haben. Wir versuchen das hier mal. Wir sammeln. Wir versuchen das noch. Und wir nehmen einmal Apfel. Ganz klar. Ja, im Moment bekommen wir... Ach, da erschrecke ich mich jedes Mal. Ich denke, ich mache es kaputt, aber Gott sei Dank nicht. So, geht das hier? Nein, also das geht nicht. Geht das? Das geht? Super. Ähm... Das geht nicht. Dann nehmen wir doch mal... Was nehmen wir denn nochmal? Nochmal... Nochmal, Auberginen. So, komm. Schwuppdiwupp rein da. Wo ist unser kleiner Nacho geblieben? Der kleine Streuner. Da ist er. Hallo? Na, kleiner Mann? Du könntest mal mitkommen, wenn du möchtest, aber... Na? Wir gehen jetzt gleich in die Mine. Das lassen wir erstmal hier. Das nehmen wir mit. Hm... Ich würde das eigentlich ganz gerne so haben. Genau. Gut. Dann gucken wir noch zur Post. Hey, ich habe eine kleine Herausforderung für dich. Fang mit einem Tinten... Fang mir einen Tinten... Äh... Du kannst sie nachts aus dem Ozean fischen. Allerdings tauchen sie nur im Winter auf. Ja, wir werden es nehmen, aber nicht jetzt. Nicht jetzt. Nein. So, komm. Wir gehen hier oben lang. Ich will jetzt nicht angeln. Achso, wir sollten... Aber das hier wollte ich nochmal eben gucken. Ähm... Hier... Ist das hier dran? An dem Baum? Ne, da. Da haben wir es. Aber da ist nichts. Ja, ob das jetzt im Winter dann... Ähm... Kommt? Keine Ahnung. Ich möchte den Steinweg auch noch hier hoch weitermachen. Das würde ich... Also auch gerne... Also wir brauchen auf jeden Fall noch Stein. Von daher... Ähm... Ist es sowieso gut. Ui... Wir haben mal wieder ein verlorenes Buch gefunden. Super duper. Freue ich mich. Haben wir auch schon... Ach, guck mal. Da haben wir nochmal. Guck mal. Ja gut, da haben wir schon mal zwei Steine. Nicht schlimm. Wollen wir ja sowieso sammeln, ne? So. Wir sind noch sehr, sehr früh. Ach, guck mal. Da haben wir nochmal. Zack. Ja. Na? Ist jetzt auch nicht so... Schlimm. Dann gucken wir mal hier. Wir müssen ja sowieso hier lang. Schlimm. Hm. Haben wir hier noch irgendwas? Nee. Ich glaube nicht. Ach. Jetzt haben wir wieder einen Auftrag mit Angeln, ne? Oh. Naja, komm. Wir machen es irgendwann mal. Wenn uns danach ist, ne? Aber das sieht schön aus, ne? Also es gefällt mir echt gut. Mit dem Schnee. Schön gemacht. Auf jeden Fall. Was war das? Ja, hier kommen wir nicht weiter. Leider, leider. Hm. So, komm jetzt rein da. Haben wir auf jeden Fall noch Zeit. Das ist gut. Essen haben wir dabei. So, komm. Dann machen wir zack. Und zack. Ja, in der ersten Etage ist es ja immer noch kein Problem. Ach, guck, da haben wir schon mal. Ähm. So. Ich weiß immer noch nicht, in welchem, ähm, Dings. Na. Wo wir, ähm, Kohle finden. Keine Ahnung. Komm, aber wir gehen runter. Wir machen nicht in der ersten Etage jetzt nicht zu viel. Hm. Steine und sowas bekommen wir auf jeden Fall sowieso noch. Ja, gut. Hier kommen wir sonst nicht lang. Na. Ich bin mal gespannt, ob wir noch mal so einen Krebs finden. Ähm. Auf jeden Fall haben wir da so einen kleinen... Oh, da haben wir mehrere. Ups. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Wären auch unterschiedlich, ne? Also diese Dinger. Ich glaube, einen Auftrag hatten wir auch noch irgendwie, ne? Ach, guck mal. Da haben wir sogar... Ach, da haben wir wieder so einen... So einen, ähm... Ja, was ist das? Einen Krebs? Oder irgendwas? Ach, das sind zwei. Vermutlich, ne? Was macht der denn da jetzt? Der eine bewegt sich nicht. Na, wir hauen mal drauf. Das ist doch... Weil sonst würde es ja nicht gehen, oder? Dieses Ding da. Ist vermutlich auch so ein Teil, oder? Weil es auch sich so bewegt. Oder diese Zahl da macht, ne? Hä? Gleich bewegt der sich? Jetzt kommen sie von allen Seiten hier. Ach, da sind noch mehr von den Dingern, glaube ich, oder? Äh, jetzt sind wir grün. Komm, wir machen erst mal den Schleimer hier. Ähm... Keine Ahnung, das war... So, komm, da kriegen wir dich nicht. So. Schleim und Harz. Jetzt bin ich echt gespannt, ähm... Ob das... Auch noch solche Dinger sind. Ich glaube, ja, ne? Hier. Ja. Darum hat der auch eben gezählt, ne? Wenn das ein Stein gewesen wäre... Dann hätte der nicht gezählt. Irgendso ein Ding wieder. So eine Krabbe oder so. Was ist das, ne? So, komm, dann mach. Und der da auch noch. Hier. So, dann beweg dich doch. Will er nicht. Den sammeln wir auf jeden Fall ein. So, dann machen wir das anders. Ähm... So. Keine Ahnung, warum diese Fässer da stehen, wenn da eh nie was drin ist. Ach, jetzt haben wir hier drei Löcher schon. Ähm... Naja. Auf jeden Fall dieses Kupfer. Finde ich gut. Das können wir auf jeden Fall gebrauchen. Na, wenn sie nicht will, dieses Krabenteil, dann... Ähm... Lassen wir es da, ne? Müssen wir jetzt nicht unbedingt. Haben wir hier noch so ein... Ähm... Kupfer-Teil. Ne. So, komm. Wir essen erst mal... Die Pflaumen. So. Bekommen wir wieder ein bisschen Energie. So, das ist gut. Ähm... Ja, weiß ich auch nicht. Will er hier nicht, oder was? Macht nix. So, dann gehen wir mal... Hier runter. Ähm... Aber so, vielleicht... Ähm... Haben wir noch so ein Schleim? Sind wir wieder ganz grün? Äh... Irgendwie... Giftig oder so, ne? Vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt irgendwie hier wieder... Ähm... Na. Ach, da haben wir noch einen. Haben wir nicht jetzt eigentlich auch langsam mal diese Aufgabe... Äh... Gelöst? Ich weiß es gar nicht. Müssen wir gleich mal gucken. Äh, jetzt sind wir wieder so... Grün. Also, ich meine... Ich finde, sie sind ja irgendwie eigentlich niedlich, diese Dinger, ne? So. Wir kommen, wir gucken mal. Hatten wir nicht sowas? Äh... Fangen Tintenfisch. Der Bärenkorb. Bärenkorb. Erkunde... Bürgermeister Schorz. Ja. Fortschritt. Äh... Steht da schon wieder nichts, ne? Kürbisschnitzen. Bärenkorb. Ähm... Erkunde die Mine. Bürgermeister Schorz. Ja. Vermutlich wieder nicht. Ähm... Naja, gut. Ähm... Keine Ahnung. Ähm... Wann wir... Ähm... Weil ich meine, wir hätten geguckt und da war keine Zeitangabe dabei gewesen. Kommt der da jetzt mal weg? Ne, ne? Sind wir hier lang? Blüpp, blüpp. Äh... Jetzt sind wir wieder grün. So, komm. Willst du dann noch? Das ist ja irgendwie so ein... Was ist denn das überhaupt nochmal? Ähm... Ja... So... Ach, da haben wir noch so einen. Dafür haben wir keine Käfer, ne? Jetzt haben wir diese... Krabbendinger. So, komm. Lups. Dann essen wir gleich nochmal. Dann haben wir wieder ein bisschen Energie. Ähm... Obwohl, wir haben jetzt gar nicht mehr so viel Zeit, ne? So, komm. Das reicht. Dann machen wir dieses hier mal kaputt noch eben. Dass wir auf jeden Fall noch ein bisschen was davon haben. So, dann sammeln wir das Ding da noch ein. Das hier. Den nehmen wir auch noch mit. Zack, zack. Gucken wir erstmal hier, was wir hier noch haben für Steinchen. Weil wir müssen gleich schon wieder... Wir müssen gleich schon wieder nach Hause. Hm. Schade. Aber nützt nix. So, sammeln wir noch ein paar. Haben wir hier noch irgendwie so... Ja, nehmen wir einfach mal die mit. Da haben wir noch so ein Kupfer-Ding. Wir werden gleich mal gucken, wie viel wir davon haben. Können wir ja vielleicht schon mal ein bisschen schmelzen. Ja, toll. Wir haben eine Kohle, ne? So, Mine verlassen. Gut, 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 gut. Immerhin, ähm, ne? Aber leider, leider schon wieder dunkel. Die Zeit, die geht so schnell vorbei. Äh, ich frage mich, wie wir da großartig noch weiterkommen sollen. Ja, okay, wir sollten dann da nicht so groß rumhacken mehr, ne? Sondern gleich, äh, eine Etage weiter runtergehen, wenn wir es können. Aber ich will ja die Dinger dann ganz gerne mitnehmen, ne? Was wir da gebrauchen können. So, komm, hier geht's runter. Schwuppdiwupp. Dann gehen wir jetzt ins Bett. Ganz so müde sind wir nicht. Aber eben, wie gesagt, morgen hat Linus Geburtstag, ne? Äh, ja. Sollten wir nicht verpassen. Wäre ganz schön. So. Aber jetzt erst mal ab in die Pofe. So, dann werden wir noch Holz... Mal gucken, vielleicht sammeln wir morgen dann wieder Holz. Das könnten wir dann eigentlich machen. Hier, Schleimer. Ja, wir... Eigentlich, nee, wir müssen eigentlich, äh, noch sammeln hier, ne? Äh, Harz. Äh, diese Kirschbomben. Das machen wir mal so. So, Stein. Ein, so eine Geode haben wir noch. Das haben wir noch. Das hier können wir ja dann, äh, abgeben. Je nachdem. Essen gut. Ja, die Gießkanne brauchen wir jetzt im Moment nicht. Äh, wir gucken gerade noch mal, ob wir Pilze haben. Ja. Ja, das finde ich schön. Dann haben wir auf jeden Fall noch immer was zu essen dabei. So, super duper. Zur Not können wir sie auch noch verkaufen. Wenn wir wollten. Machen wir jetzt aber nicht. So, ja, es wird spät. Da ist der kleine Schnuffelmaus. Ähm, so, haben wir jetzt draußen gelassen. Nicht schlimm. Äh, Wetterbericht. Willkommen bei Wetter, Neuigkeiten und Unterhaltung. Ähm, morgen wird es den ganzen Tag klar und sonnig sein. Super duper. Ich freue mich. Sehr, sehr schön. Äh, das sieht toll aus, ne? So, ins Bett gehen. Ja. So, guten Morgen. Unser Hund ist schon wieder draußen. Moin, moin. Ja, Leute, wir werden uns überlegen, ob wir heute noch mal in die Mine gehen oder, ähm, ob wir heute ein bisschen sammeln und, ähm, Bäume fällen. Dann werden wir gucken, wie wir das machen. Aber, natürlich nach einer ganz kurzen Pause, ne? So, wir werden gucken, wir werden überlegen, ob wir Lust haben. Das Einzige, was ich weiß, wo ich im Moment noch keine Lust so habe, das ist das Angeln. Äh, wir haben ja noch ein paar Tage, ne? Der Linus hat heute Geburtstag. Also, wir könnten auch noch mal in die Mine gehen, weil das nämlich direkt auf dem Weg. Ähm, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Aber, das Ganze in den nächsten Folgen. Und bis dahin wünsche ich euch heute noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss. Tschüss.